Okay, zwei Games, zwei Wins. Ich wurde am Wochenende auch von einem 15-Jährigen rasiert. Von einem 15-Jährigen? Ja, ja. Ich hab mir ein Spiel angeschaut, ne? Und dann kommt ein richtig lieber 15-Jähriger und redet mit mir und so. Und dann sagt er, ey, Willi, kommst du später auch noch mit? Und ich so, wohin? Eier lecken. Und lacht mich aus und rennt weg. Dann hab ich gemerkt, hör mal. Hör mal, wer da hämmert? Ja. Ey, wir müssen zusammenbleiben, das ist nicht Baum-Modus. Sehr ehrenlos, der Modus. Nuhu lang, hey naja. Ja, digga, ey. Ja! Ja! Ja, Wayne! Hab ihn. Wayne, gib mir die Hand. Ist halt auch scheiße, wenn man mit seinen eigenen Witzen gekontert wird, schreibt jemand bei mir in den Chat. Nee, ist schlecht.